Wir haben halt nur noch 400 hier. Geben wir einfach Max schon kurz. Okay, die Dinger bleiben einfach. Moment mal, wieso ist der Bonus jetzt schon vorbei? Aus. Digga, was macht ihr die Lichter aber weg? Wieso steht hier unten die ganze Zeit ein Fallspiel? Er ist verbuggt oder was? Oder verpasse ich hier irgendwas? Wollt es jetzt die ganze Zeit einspielen? Ach so. Okay, ich verstehe. Okay, ah, okay. Ja, macht Sinn. Bitte keine Totenköpfe. Lass die Lichter an. Okay, geiler Bonus. Nice. 60 hat er gekostet. Jetzt schon mal Profit. Maha, bitte weiter nicht aufhören. Danke. Hey Kollege, stopp. Ich glaub der hört jetzt auf, oder? Okay. Ich glaub gleich drei Totenköpfe auf einmal rein. Na, scheiße. Hättet ihr einen Blitz? Ich brauch einen Blitz. Oh no. Oh no. Oh no. Na, ist okay. Okay. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Gib mal eine volle Linie mit irgendwas. Holy shit. Nice man. Nice. Wir wollen aber eine volle Linie mit irgendwas. Nein, gar nicht gut. Komm schon. Gib mir eine volle Linie. Drei für dreifacht. Komm schon. Na, ist sehr gut. Sehr gut. Weil ist mein allererster bei hier. Machst du nicht wieder aus. Nice, Digga. Die Flasche. Die Dose da unten. Holy shit. Ist noch eine andere Linie mit den Dosen, oder? Nice man. Digga. Ist mein erster Bonus. Holy shit Junge. Nice. Weitermachen. Das ist mein allererster bei. Nochmal irgendwas. Ist Eis. Die Nice ist Eis. Holy shit. Digga. Was ist so schönes Spiel. Nice, nice, nice. Gut. 1000x nehmen wir mit. Ah, der und der Blitz. Äh, der Totenkopf. Wir brauchen nicht. Ich glaube jetzt hört auf, oder? Nice, nice, nice. Okay, okay, okay. Gib nochmal irgendwas durch connecten, bitte. Nein. Nicht aufhören. Nein, okay. Jetzt hört auf. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Ja, schade. Aber hey man. Ist gut. Ist ein guter erst dabei gewesen. 1000x. schade.